Hallo, ich bin Leslie und das ist meine Geschichte. Aber bevor ich fortfahre, bitte liked und abonniert mich. Als ich ein Kind war, haben meine Eltern immer viel gestritten. Meine Mutter hatte es so satt, dass sie mich eines Nachts aus dem Bett zerrte und zur Tür hinausschlich. Mama, ich bin müde, ich will ins Bett gehen. Psst, leise. Im nächsten Moment zogen wir in eine winzige Wohnung in einer fremden Stadt und ich hasste es. Ich schrie und weinte, dass Mama uns wieder nach Hause bringen sollte. Bring mich zurück, das ist doch bescheuert. Ich versuchte, meinen Vater zu erreichen, aber er war immer zu beschäftigt. Das machte mich traurig, aber Mama fand Wege, mich aufzuheitern. Schließlich gewöhnte ich mich an unsere neue Wohnung und es war ziemlich cool, mit Mom zusammen zu sein. Nach einer Weile lernte Mom einen neuen Mann kennen. Bald waren sie verheiratet und wir zogen in ein neues Haus. Mein Stiefvater war nett, aber seine Tochter war eine Hexe. Hi Dana, begrüße deine neue Mutter und Stiefschwester. Sie willkommen heißen Ike Dad, Sie sind arm. Warum behalten wir Sie hier und füttern Sie? Sie sind widerlich und ekelhaft. Ach, sie scherzt nur, sie ist ein bisschen schüchtern. Sie ist ein Schatz, wenn man sie erst mal kennenlernt. Dana war das Schlimmste. Sie schüttete mir Ketchup ins Gesicht, schaltete das Licht aus, wenn ich las, warf meine Klamotten aus dem Fenster und stahl meine Spielsachen. Ich versuchte, meiner Mutter zu sagen, was los war. Hey Schatz, wir sind hier zu Gast. Dana ist ein bisschen verwöhnt, aber wir müssen lernen, sie zu akzeptieren. Gott sei Dank ging Dana und ich nicht auf dieselbe Schule. Dana ging auf eine teure Schule für Gören und ich flehte meine Mutter und mein Stiefvater an, mich auf meiner alten Schule bleiben zu lassen. Aber ein paar Jahre später nahmen die Dinge eine Wendung. Die Firma meines Stiefvaters verlor eine Menge Geld und er konnte die Rechnungen nicht mehr bezahlen. Mädels, das Geld ist knapp, also müsst ihr beide auf eine öffentliche Schule gehen. Öffentliche Schule? Nein! Dana bekam einen Wutanfall und weigerte sich eine Woche lang zu essen, obwohl ich sie dabei erwischte, wie sie nachts heimlich Kekse aus der Küche holte. Am ersten Schultag benahm sich Dana wie eine total verwöhnte Göre. Hey Leute, ihr seht vielleicht dieses Mädchen, das mit mir spricht, aber das heißt nicht, dass wir verwandt sind. Sie ist nur unser Dienstmädchen. Äh, nein, sie ist unser Dienstmädchen. Nein, sie ist unser Dienstmädchen. Nee, sie ist unser Dienstmädchen. Nein, sie ist unser Dienstmädchen. Dana und ich stritten ständig. Wir schrien uns auf dem Flur an, hatten eine Essensschlacht in der Cafeteria und einmal im Naturwissenschaftsunterricht fingen wir an, uns gegenseitig zu schubsen und verletzten versehentlich die Lehrerin, die versuchte uns zu trennen. Am Ende hatte sie eine gebrochene Nase. Die Kinder dachten, wir wären verrückt. Keiner von uns hatte irgendwelche Freunde. Ich meine, ich konnte es ihnen nicht verübeln. Dana war eine verrückte Hexe und ich... Nun, ich bin cool, aber schüchtern und seltsam und unsicher und unsichtbar. Also, nachdem wir wochenlang Ausgestoßene waren, kamen wir uns ein bisschen näher, aber nur ein bisschen, denn wir waren einsam und hatten nur uns beide. Dann eines Tages in der ersten Klasse wollten unsere Eltern uns etwas erzählen. Wir bekommen ein Baby. Ein Baby? Wirklich? Das ist cool! Ein Baby? Warum solltet ihr so etwas Dummes tun? Das Baby kam und meine Eltern waren so glücklich. Ein wunderschöner kleiner Junge. Ist er nicht süß? Wir nennen ihn Sam. Ich verliebte mich sofort in Sam, auch wenn er nervig war. Er weinte viel und kotzte und pinkelte überall hin. Dana mit Sam wie die Pest. Sie schloss sich in ihrem Zimmer ein und kam nur zum Essen raus. Schau dir sein dummes, dreckiges Gesicht an. Oh mein Gott, warum wirft er überall Essen hin? Ich habe jeden Tag mit Sam gespielt. Manchmal wurde er nachts richtig quengelig und meine Eltern wussten nicht, was sie mit ihm machen sollten. Aber ich nahm Sam auf den Arm und wiegte ihn und dann sang ich ihm ein besonderes Lied vor, um ihn zu beruhigen. Du bist so gut mit ihm. Kannst du auf Sam aufpassen, während Papa und ich ein paar Besorgungen machen? Klar, kein Problem. Es machte mir nichts aus, auf Sam aufzupassen, aber mit der Zeit fing Mom und Dad an, ihn ständig bei mir zu lassen. Schatz, ich habe einen Anruf. Pass auf deinen Bruder auf. Ich muss mir die Haare machen lassen. Es brach mir das Herz, Sam jedes Mal weinen zu sehen, wenn meine Eltern gingen. Mama? Daddy? Ich versuchte, sie zu überreden, mehr Zeit mit Sam zu verbringen. Ich wollte nicht, dass er eine Kindheit hatte wie ich. Sam ist wirklich schlau, seht ihr? Er ist die ganze Zeit quengelig, weil er Aufmerksamkeit will. Er braucht nur ein bisschen Führung. Juhu! Aber sie haben nicht auf mich gehört. Irgendwann war ich Sams ständiger Babysitter. Als Sam zwei Jahre alt wurde, verwandelte er sich in einen Wahnsinnigen. Er malte mit Buntstiften an die Wände, zerschlug eine teure Vase und schüttete Milch in die Büroschublade seines Vaters. Und jedes Mal gaben sie mir die Schuld. Diese Vase hat ein Vermögen gekostet. Ich ziehe sie von deinem Taschengeld ab. Weißt du, wie wichtig diese Dokumente sind? Du bekommst Hausarrest. Aber es ist nicht meine Schuld. Ich habe es dir gesagt. Was hast du mir gesagt? Dass die Göre eine schlechte Idee war. Es wird nur noch schlimmer werden. Und Dana hatte recht. Eines Tages hatte ich einen großen Chemietest und ich hatte meinen Eltern schon lange vorher gesagt, dass ich lernen musste. Aber sie haben mir trotzdem Sam vor die Nase gesetzt und sind einfach gegangen. Ich hatte genug. Ich setzte Sam in Danas Zimmer ab und ging zur Tür hinaus. Was glaubst du, wo du hingehst? Ich bin fertig mit dieser Familie. Ich verschwinde von hier. Du kannst mich nicht mit diesem Ding allein lassen. Schau, Sammy, sie hat Kekse. Sam klammerte sich an Dana und ich ging zur Tür hinaus. Nein, geh weg. Lass mich in Ruhe. Hilfe. Ich sprang in den Bus und fuhr direkt zu meinem Dad. Er war nicht in der Stadt, als ich ankam, also ließ mich sein Hausmädchen rein. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich Ruhe und Frieden. Meine Mutter und mein Stiefvater flippten aus, als sie erfuhren, dass ich weg war. Aber ich weigerte mich zurückzukommen. Am nächsten Tag in der Schule rannte Dana auf mich zu und sah ganz verrückt aus. Ich halte es nicht mehr aus. Bitte komm zurück nach Hause. Ich dachte, du hasst mich. Tu ich auch, aber Sam ist ein Dämon. Er hat alle meine Klamotten zerrissen und mein Make-up, die Toilette runtergespült. Klingt, als würdest du deine eigene Medizin zu schmecken bekommen. Ich drehte mich um, um zu gehen, aber dann fing Dana an zu heulen wie ein großes Baby. Ich werd alles tun, aber komm wieder nach Hause. Okay, vielleicht komm ich zurück, aber nur unter einer Bedingung. Du musst tun, was ich sage, wenn ich darum bitte. Auf keinen Fall. Ich bin nicht dein Dienstmädchen. Nein, nicht mein Dienstmädchen, aber meine Assistentin. Das ist ja noch schlimmer. Nimm oder lass es. Dana stimmte widerstreben zu. Aber selbst wenn sie es nicht getan hätte, wäre ich trotzdem zurückgezogen, weil ich meinen kleinen Sam vermisste. Der Gedanke, dass er von meinen oberflächlichen Eltern und der egoistischen Dana ignoriert werden würde, machte mir Bauchschmerzen. Ich zog wieder ein und immer wenn unsere Eltern uns mit Sam allein ließen, stellte ich einen Zeitlang auf, damit Dana und ich uns die Verantwortung teilten. Eine Zeit lang lief alles gut, bis Sam zehn Jahre alt wurde. Er stahl den Diamantring meiner Mutter und schenkte ihn seiner Klassenkameradin. Ein hübscher Ring für ein hübsches Mädchen. Bist du verrückt? Das kann ich nicht annehmen. Sam wurde so wütend, dass er dem Mädchen ins Gesicht schlug. Er verkaufte der Momsring an seinen Freund. Ich gebe ihn dir für 50 Dollar. 40. Abgemacht. Eines Tages bestellte Sams Lehrerin meine Eltern zu einem Treffen. Natürlich waren sie zu beschäftigt, um hinzugehen und schickten stattdessen mich und Dana. Wir sind gekommen, weil unsere Eltern Leukämie haben. Oh mein Gott. Nein, nein, sie meint Animi. Nein, nein, ich glaube, ich meinte Amnesie. Sie werden alt und verrückt. Sie sind... Sie sind einfach krank und wir sind an ihrer Stelle gekommen. Können Sie uns sagen, was das Problem ist? Sam hat einem seiner Mitschüler ein blaues Auge verpasst. Er hat ein Fenster eingeschlagen und er terrorisiert die anderen Schüler. Wir sind sehr besorgt. Als wir nach Hause kamen, ging ich direkt in Sams Zimmer. Sam, wir müssen darüber reden, was mit dir in der Schule los ist. Ich bin beschäftigt. Wenn du so weitermachst, fliehst du von der Schule. Raus hier. Sam schlug mir die Tür vor der Nase zu. Er war sehr stur, aber ich wollte ihm helfen. Als meine Mutter und mein Stiefvater an diesem Abend zurückkamen, erzählten Dana und ich ihnen alles. Die Kinder sind gemein. Sie hassen mich und machen sich über mich lustig, weil ich keine schönen Sachen habe. Oh Schatz, das tut mir so leid. Wir werden dir neue Sachen kaufen. Dann nahm Mom Sam mit auf eine Shoppingtour. Ich konnte nicht glauben, dass sie auf sein Verhalten hereinfielen. Später an diesem Abend gingen meine Eltern zusammen essen und Dana und ich sahen uns in meinem Zimmer MSA-Videos an, als Sam, wie aus dem Nichts auftauchte. Hey, ihr dummen Hexen, ihr werdet dafür bezahlen, dass ihr mich verraten habt. Geh aus dem Weg, Psycho. Wir versuchen hier fernzusehen. Sam zog ein riesiges Glas mit Grillen hinter seinem Rücken hervor und schmetterte es auf den Boden. Die Grillen landeten in unseren Haaren und überall auf unseren Kleidern. Nehmt sie, meine Hübschen. Ein paar Monate später riefen Mom und mein Stiefvater uns alle ins Wohnzimmer, um uns mitzuteilen, dass wir in ein brandneues schickes Haus einziehen würden. Moment mal, sind wir wieder reich? Ja, wir haben doppelt so viel Geld wie vorher. Gott sei Dank, ich habe es gehasst, arm zu sein. Kann ich jetzt auf ein schickes College gehen? Nur das Beste für meine Tochter. Einen Monat später ging Dana auf ein College in einer anderen Stadt. Ich hätte auch weggehen können, aber ich machte mir zu viele Sorgen um Sam. Also schrieb ich mich an einem College in der Nähe meines Zuhauses ein. Aber bald darauf meldete mein Stiefvater Sam an einer teuren Privatschule an und er begann, mit diesen verwöhnten, reichen Kindern herumzuhängen. Es machte mich wütend, wenn ich sah, in was für einer Gesellschaft er sich befand. Aber er war immer noch mein kleiner Bruder. Ich musste aufpassen, dass er nicht in große Schwierigkeiten geriet. In meinem zweiten Studienjahr las ich eines Tages im Park, als ich plötzlich einen großen Hund entdeckte, der mit irrer Geschwindigkeit rannte und einen Jungen in meinem Alter an der Leine hinter sich herzog. Und Sekunden später sprang der Hund in einen Teich und der Junge flog direkt hinter ihm hinein. Ich musste so lachen. Hey, du siehst aus, als könntest du Hilfe gebrauchen. Ähm, ja, das ist überhaupt nicht peinlich. Äh, wie überhaupt? Sein Name war Alex und er war im letzten Semester an meiner Universität. Ich hab ihm meinen Kapuzenpulli gegeben und wir haben uns eine Weile unterhalten. Ich hab gar nicht gemerkt, dass zwei Stunden vergangen sind. Oh Mist, ich muss los. Ich muss nach meinem kleinen Bruder sehen. Also, wie kriegst du den Pulli zurück? Vielleicht kann ich dich morgen zum Essen einladen. Oh, tut mir leid, aber mit der Uni und einigen Dingen zu Hause hab ich wirklich keine Zeit für Dates. Verstehe, hier ist meine Nummer. Sag mir einfach, wo ich ihn abgeben kann. Er fing an zu gehen und das tat ich auch, aber ein Teil von mir fühlte, dass ich das Falsche tat. Hey, warte, wie wär's morgen mit einem Kaffee? Das wäre ein guter Anfang. Alex und ich fingen an, uns zu verabreden und immer, wenn ich mit ihm zusammen war, fühlte ich mich einfach glücklich. Zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass jemand bemerkte, was ich brauchte und sich um mich kümmerte. Aber die Dinge zu Hause mit Sam wurden immer schlimmer. Er schwänzte den Unterricht und musste immer wieder nachsitzen. Und dann kamen ein paar unheimliche Typen ins Haus und suchten nach Sam, wenn meine Eltern nicht zu Hause waren. Als ich ihn danach fragte, sagte er nur, ich solle mich um meinen Kram kümmern. Aber dann kam Sam eines Abends mit einem blauen Fleck im Gesicht nach Hause. Alles okay? Mir geht's gut, Schwesterherz. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Sam, ich kann nicht ewig dein Babysitter sein. Ich hab mein eigenes Leben und eines Tages werd ich einfach gehen. Dann geh doch. Mein Leben, meine Entscheidung. Du kannst niemanden ändern, der sich nicht ändern will. Dann umarmte er mich einfach und weinte. Am nächsten Morgen versuchte ich, mit ihm zu reden, aber er war schon weg. Ich mach mir Sorgen um Sam. Ich glaub, irgendetwas ist mit ihm los. Du machst dir zu viele Sorgen, Schatz. Sam, geht es gut. Hast du sein Gesicht gesehen? Er sagt, er hätte sich beim Fußballtraining verletzt. Kurz nach meinem Abschluss machte Alex mir einen Antrag und ich war überglücklich. Ich würde zwar ausziehen müssen, aber ich wäre nur zehn Minuten von Sam entfernt. Nicht, dass es ihm etwas ausmachen würde, so oder so. Und an meinem Hochzeitstag war Sam nirgends zu finden. Ich rief ihn immer wieder an, aber ich kam nicht durch und wir konnten die Zeremonie nicht länger aufschieben. Ich war so wütend, dass er das verpasst hatte. Zwei Stunden später erhielt ich endlich einen panischen Anruf von Sam, der mich bat, ihn aus einer schlechten Gegend abzuholen. Ich bin losgefahren und musste ein paar große, unheimliche Typen bezahlen, denen er Geld schuldete. Auf der Rückfahrt saß Sam nur schmollend im Auto, ohne ein Wort des Dankes. Und da bin ich einfach ausgerastet. Sam, du bist kein Baby mehr. Du hast mir gerade einen der wichtigsten Tage meines Lebens ruiniert. Ich war immer für dich da und du konntest nicht einmal heute für mich da sein? Er weinte und entschuldigte sich und willigte schließlich ein, eine Therapie zu machen, worum ich ihn gebeten hatte. Ich begleitete ihn zu seiner ersten Sitzung. Es lief gut, aber Sam verlor das Interesse und kam nie wieder zurück. Ich begann, die Hoffnung aufzugeben, ihn zu heilen. Ich kämpfte einen Kampf allein, ein Kampf, der nicht meiner war. Und meine Eltern haben alles nur noch schlimmer gemacht. Sam fiel in der Highschool durch, aber mein Stiefvater bezahlte die Schulbehörde dafür, dass er gute Noten bekam. Das machte mich wütend, aber ich hatte in dieser Sache nichts zu sagen. Eines Tages bot mir meine Firma eine tolle Beförderung an, wenn ich nach Kalifornien ziehen würde. Es war eine großartige Gelegenheit, aber ich war unsicher. Alex unterstützte mich so oder so, aber ich wälzte mich in der ganzen Nacht hin und her und überlegte, was ich tun sollte, bis ich schließlich Dana anrief. Du hast nur ein Leben, Les. Du kannst es entweder für Sam leben oder für dich selbst. Sam hatte ein Praktikum in der Firma seines Vaters begonnen, aber ich beobachtete ihn einige Wochen lang und sah, dass er immer noch dieselben Freunde hatte, immer noch Geld verprasste und auf dieselbe Weise feierte. Und ich traf schließlich meine Entscheidung. Was ist das? Du gehst nach Kalifornien? Das ist am anderen Ende des Landes. Ich brauch dich hier, Les. Nein, nicht wirklich. Du brauchst mich nur, um deinen Mist aufzuräumen. Aber damit bin ich fertig, Sam. Du hattest recht. Man kann niemanden ändern, der sich nicht ändern will. Leslie, bitte. Du bist alles, was ich habe. Du hast Mom, Dad und sie werden sich auf ihre Weise um dich kümmern. Du bist ihr Kind. Ich kann einfach nicht mehr dein Vater sein. Aber du bist meine große Schwester. Und als solcher werde ich immer für dich da sein. Wenn du dich also entscheidest, dein Leben zu ändern, komm zu mir, okay? Ich lebe dich, Sam, aber ich gehe jetzt. Es ist an der Zeit.